Moin Jungs, 80s back und willkommen zur 1452. Folge von Minecraft Nostalgie Let's Play. Genug von dem Skin. Wir haben in der letzten Folge hier die Straße bis unten gezogen. Ob die so bleibt, ob die gut aussieht, wissen wir nicht. Okay, ob die gut aussieht, wissen wir, denn die sieht nicht gut aus. Aber es ist auch einfach nur ein grober Entwurf fürs Erste. Alles weitere werden wir noch gucken. Das ist ja einfach nur, damit wir grob planen können, wo und wie wir hier Grundstücke für irgendwelche Villen bauen können. Weil die müssen natürlich erreichbar sein. Und der Plan ist jetzt erstmal, dass hier oben auf jeden Fall eine hinkommt. Dass dann vielleicht hier auf dem Hang nochmal eine hinkommt bis da vorne und dass dann da noch eine hinkommt. Das gleiche dann hier vielleicht eine. Hier die Stelle lassen wir dann, glaube ich, frei. Dahinter dann vielleicht eine. Hier auf dem Hang eine. Hier hinten eine große, vielleicht noch hier vorne. Aber wir haben auch immer noch Platz für Begrünung und so weiter. Und natürlich, ich habe auch keinen Bock, mich wieder zu übernehmen. Ihr habt eventuell gerade schon eine Panikattacke gekriegt, weil ich hier so viele aufgezählt habe. Das ist alles nur eine Idee. Vielleicht baue ich auch nur eine und sage, ja, doch keinen Bock. Es würde niemanden wundern, weil ich das öfter mal mache. Ich weiß. So, allein. Das Ding ist halt, nicht mal nur bei Nostalgie übernehme ich mich andauernd und baue oder fange irgendwelche Sachen an, die so viel zu groß sind, dass ich sie gefühlt beim ersten Spatenstich schon mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit niemals fertigstellen kann oder werde. Es ist halt auch in den anderen Videos. So, das Cyberpunk-Ding, die Stadt, die war anspruchsvoll. Die war, ne, das waren knapp 24 Stunden, die ich da dran gesessen habe. Reine Bauzeit. Ähm, die Star Wars Stadt war ähnlich. Die Star Wars Stadt war auch um die 24 Stunden. Die neue, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ich bin mir gerade nicht sicher. Die neue Stadt, wo ich gerade dran sitze. Nur Bauzeit. Mittlerweile so 54 Stunden. Nur Bauzeit. Ne, bei dem anderen ist auch nur die Bauzeit gerechnet. Das Schneiden dauert dann natürlich auch nochmal lange. Aber, ähm, auch dabei dauert das Schneiden natürlich umso länger. Und wir werden jetzt hier eine Executive Decision taken und die ganzen, perfekt, ähm, Grundrisse wegreißen. Weil ich einfach gemerkt habe, ich habe da nichts von. Ich schränke mich da so mit ein, wenn ich das genau so bauen will oder wenn ich mich da überhaupt dran orientieren will. Heißt, wir werden es so machen, wie es quasi im Cyberpunk gedacht ist. Nicht in meiner Stadt, sondern in der Art und Weise, wie in Cyberpunk-Städten gebaut wird. Die bauen einfach, wie sie lustig sind. Da ist keine Absprache mit dem Nachbarn, da ist nichts. Die machen das einfach. So, die fragen auch nicht. Da muss sich auch an nichts irgendwas gehalten werden. Wenn die da ein Haus hinsetzen wollen, dann setzen die ja verdammt nochmal ein Haus hin. Und das ist so ein bisschen jetzt der Spirit. Und wir werden das auch machen. Wir haben jetzt hier dieses eine Haus. Das werden wir irgendwann mal fixen. Und wenn wir das haben, dann bauen wir irgendwann das nächste Haus. So, wie wir das dann in dem Moment bauen wollen. Und wenn wir dann mehr oder weniger Platz dafür brauchen, dann nehmen wir den. Und das werden wir dann bei dem nächsten Haus danach genauso machen. Und danach genauso. Und danach genauso. Und danach genauso. Und so weiter. Und wo dann Wege hinkommen, wo dann irgendwelche Deko hinkommen, wie die einzelnen Häuser aussehen. Da muss ich mir einfach jetzt noch null Gedanken, null Kopf drum machen. Weil es auch einfach erstens Schwachsinn ist. Weil ich das eh vergesse, bis wir dann irgendwann da anfangen. Weil es nun mal einfach noch dauern wird. Bis wir damit anfangen. Schrägstrich, bis wir damit anfangen. Mit dem ersten Haus. Aber vor allem, bis wir hier oben dann irgendwann bei den Häusern sind. So, warum muss ich das jetzt schon fix haben? Und mich damit so einschränken, dass ich gefühlt im Kopf schon weiß, okay, ich muss das dann quasi so machen. Wer sagt mir denn, dass ich das muss? Das ist doch mein Let's Play, das ist doch meine Welt, das ist verdammt nochmal ein Spiel. Da muss man sich ja wohl A, nicht so bekloppt machen, B, nicht so einschränken. Gerade in einem Sandbox-Spiel wie Minecraft ist es nun mal, es lebt ja davon, dass man hier alles machen kann. Und, ne, also du kannst einen Block hinsetzen. Jetzt wird's deep, okay? Holt eure Notizbücher raus. Jetzt gibt's hier eine kleine Philosophiestunde. Unter diesem wunderschönen Kischblütenbaum. Du kannst in Minecraft nicht nur einen Block setzen. Du kannst ihn aber auch. Was sagt er? Aristoteles, äh, sollte sich in Acht nehmen. Und Sokratz ist auch und Plato auch und Diogenes auch und, äh, die anderen auch. Ähm, ja. So. Also von daher. Es lebt ja davon, dass du alles auch einfach wieder wegmachen kannst. Wenn ich Bock hätte, könnte ich diesen scheiß verkackten Berg weghauen. Weil ich da Bock drauf hätte. Habe ich nicht, werde ich nicht, keine Sorge. Aber ich könnte. Darum geht's. Ich könnte einfach sagen, nö, der gefällt mir nicht. Ich baue neu. Oder, na, ich will da eigentlich gar keinen Berg haben. Ich will doch die große Megabase haben. Ich hole mir jetzt vier Milliarden Stacks, äh, Sandstein. Hau den Berg da weg und baue da den Turm hin, den ich da ursprünglich hinbauen wollte. War doch die bessere Idee. Könnte ich machen. Da würdet ihr wahrscheinlich alle an meiner Intelligenz zweifeln. Schrägstrich an meinem geistigen Zustand. Aber wir sind auch schon bei 1450 voll. Außerdem lässt mich dieser Turm nicht ganz in Ruhe. Weil ich ihn eigentlich geil fände. Er wäre Schwachsinn aus Sandstein zu bauen. Er wäre auch unfassbar scheiße als Projekt hier für Nostalgie. Weil das ist wirklich was, was man, ähm, dann mal macht. Wo man einfach mal ein, zwei Stunden sagt. Komm, ich baue jetzt nur Sandstein ab. Was ich aber auch nicht filmen müsste und so weiter. Was halt für so ein geschnittenes, Hermitcraft-mäßiges Ding. Da wäre es geil. Oder jetzt Craft Detect 13, um mal ein bisschen die relevanten Themen, äh, zwölf meine ich, äh, relevanten Themen aufzugreifen. Da könnte man sowas dann machen. Da würde man sich auch komplett bekloppt machen. Weil das halt so ewig dauern würde. Allein einfach mal die Materialien zu kriegen, um auf diese Höhe zu kommen. Das wird halt schon ewig dauern. Dann das Ding noch zu füllen. Und dann noch irgendwie hinzukriegen, dass das auch halbwegs vernünftig aussieht, ist halt, ne. Aber natürlich bist du dann da auch eher am Streamen als am 15-Minuten-Folgen-Aufnehmen. Du bist außerdem auf Monatssicht, sag ich mal. Hier bin ich ja mehr so auf, was mach ich jetzt heute-Sicht. Ähm, so ja, das macht man da natürlich auch. Man achtet auch immer erst auf die einzelnen Tage. Und insgesamt ergeben sich dann Monate. Aber da ist es halt auch so, das Projekt ist irgendwann vorbei. Und du willst halt eine geile Sache so gefühlt gebaut haben. Du willst halt eine Megabase haben. Bam. So wie bei Hermitcraft auch so ein bisschen. Bei Hermitcraft aber ist es natürlich viel langlebiger. Weil die Leute, die dabei sind, ein Interesse daran haben, dass es langlebig ist. Craft Attack ist ja meistens nach zwei Monaten gefühlt over. So was den großen Hype und die großen Streamer angeht. Oder die, die ich so gucke, keine Ahnung. Ähm, die sind da ja gefühlt nach ein paar Wochen meistens schon wieder raus. Ähm, jetzt gibt es dann bestimmt noch einige. Ich glaube, Spark of Phoenix spielt das, glaube ich, das ganze Jahr über. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Weil wie gesagt, ich gucke das auch nicht so. Ich gucke halt mal bei Papa Platte rein. Ich gucke mal bei Trimax rein. Und setz it. So. Ich habe keine Ahnung, wer da sonst wie lange irgendwelche Videos zu machen. Weil es mich einfach nicht genug interessiert. Ähm. Ähm, und auch sogar von den großen gucke ich die Videos nicht viel. Weil ich einfach auch kein... Ich gucke halt kaum deutsche Sachen. Erstmal das vorweg. Dann ist mir das teilweise zu... Asi. Weil die einfach dann nur noch irgendwelche dummen Streiche machen. Irgendwer jagt irgendwas hoch. Die schreien sich an und so weiter. Das ist halt nicht, was ich von so einem Multiplayer-Projekt, äh, nicht erwarte. Aber was ich halt feiere, ist halt so wie Hermitcraft. Dass man das halt kreativ zusammen umsetzen, was Geiles baut. So, nicht die einzelnen Häuser jetzt, dass man die zwingend zusammen macht. Das machen die ja auch manchmal. Ähm. Ähm, aber dass man einfach, dass jeder halt so das schönstmögliche bauen will. Und man einfach Leute hat, die da halt auch bereit sind, monatelang an irgendwas zu bauen. Und sich auch bautechnisch so ins Zeug legen, dass die sich auch immer steigern und so weiter. Was man jetzt vielleicht nicht unbedingt bei jedem, der bei Craft Detect dabei ist, sagen kann. Ich will die auch nicht dissen oder irgendwas. Das ist einfach nur so meine Meinung. Gerade auch, wenn man von Megaprojekt damals kam. Weil, das war damals Staffel 1 und 2 von Craft Detect. Wir waren ja auch schon irgendwie 2.13, 2.14. Könnte man jetzt rechnen, wenn wir bei Staffel 12 sind. Aber, ähm, so. Und da waren ja die anderen Projekte auch noch. Und sogar da war es schon so, dass mir Craft Detect eher zu assi war. Weil die halt gegenseitig sich auch die Sachen kaputt gemacht haben. Oder irgendwer hat mal eine riesen Toilette gebaut und sowas. Also das so kindliche, kindische Scheiße, die ich halt einfach unfassbar unlustig finde. So Rewi-Sachen. Wisst ihr? So die Sachen, die Rewi als Content macht. Das ist mir irgendwie zu jünglich. Ich weiß auch nicht, nicht, dass ich jetzt hier ultra alt bin. Ich bin fucking 25 und will die ganze Zeit sagen, dass ich 24 bin. Aber, ähm, so vom, vom, das ist so unreif irgendwie. Und ich bin jemand, ich bin gerne unreif, aber irgendwie nicht dieses Level. Ich weiß auch nicht. So. Wie dem auch sei, ich wollte hier gar nicht in so einen Craft Detect Rant abrutschen. Vor allem, weil ich da sehr gerne irgendwann mal bei wäre. Äh, auch wenn ich jedes Jahr, ich bin jedes Jahr wieder überrascht, wie viele Leute da neu dabei sind. Wieso kann man hier nicht hochspringen? Das ist doch Schmutz. Wie viele Leute da neu dabei sind, von denen ich noch nie, auch nur im Entferntestesten, auch nur eine Silbe gehört habe. Woher kennen die ganzen Leute die? Und die kennen sich auch alle. Das finde ich krass. Das ist crazy. Weil, ich meine, du kommst da ja auch mal nicht nur über Einladung rein. Wie gesagt, deswegen bin ich auch gerade ein bisschen vorsichtig, was ich sage. Weil ich da schon sehr gerne mal irgendwann mitmachen möchte. Einfach, weil es halt ein Minecraft-Projekt von deutschen YouTubern ist. Und, also, ich meine, ich mache ein Minecraft-Projekt und bin ein deutscher YouTuber. Also, ne. So. Und, weil es halt noch so ein bisschen die letzten Überbleibsel sind von dem ganz alten YouTube, wo ich halt angefangen habe oder groß geworden bin. Sagen wir es so. Und, ähm, eigentlich müsste es mir super leicht fallen, diese Scheißhäuser zu bauen. Weil ich, ich kann es ja sagen, ne, ihr seht ja den Skin. Weil ich seit Juni eine fucking japanische Stadt baue. Also, wo ist mein Scheiß-Problem, das ja auch zu machen? So viele Übungen, wie ich da jetzt in dem Thema habe, die kann man gefühlt gar nicht mehr haben. Ich habe so viele von diesen Kack-Dingern gebaut. Sowohl modern als auch traditionell. Ich spoiler jetzt alles, weil ich fast fertig mit dem Video bin. Und ich muss ja langsam hier ein bisschen Hype aufbauen. Ähm. Ne. Die nächste Stadt ist japanisch. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwann erwähnt habe. Die ist japanisch. Und, ähm, da es an Japan mehr Sachen gibt, als das moderne Tokio, was mich interessiert. Nämlich vor allem durch, ähm, Ghost of Tsushima oder die Shogun-Serie. Halt auch dieses, äh, feudale, traditionelle, alte Japan. So, vor ein paar Jahrhunderten. Wollte ich halt auch unbedingt sowas bauen. Wie wir das hier auch angefangen haben. Das war halt das Problem, dass ich so Bock drauf hatte, sowas zu bauen. Dass ich hier in der Welt angefangen habe, sowas zu bauen. Ich habe in der Welt mit dem Kumpel, wo ich seit April nicht, äh, weitergespielt habe, angefangen, ein riesen japanisches Schloss zu bauen. Und ich habe halt die Stadt noch angefangen. Und dann war das sehr viel vom Selben auf einmal. Wodurch ich dann halt auch teilweise gar keinen Bock mehr drauf hatte. Und dann habe ich gedacht, komm. Hier waren wir auch Jahre nicht. Äh, und dann habe ich halt gedacht, komm. Dann fokussiere ich mich. Das sieht ja übel scheiße aus, so. Dann fokussiere ich mich halt auf, ähm, das Hauptvideo. Weil das nun mal, ähm, die Prio ist, sage ich mal. Weil das Views bringt, weil das Geld bringt. Ja, ist scheiße, klingt auch scheiße. So, Nostalgie ist natürlich einfach außen vor. Weil Nostalgie, da geht es nur um persönliche, äh, Ausdrückung. Expression, das ist das scheiß Wort. Ausdrückung, Digga. Wofür habe ich mein scheiß Latino, wenn ich das Ausdrückung nenne? Nein, ihr habt mein Latino geschenkt bekommen, aber dennoch. So, ne, also. Au. Stell dir vor, daran wäre ich jetzt gestorben. Dann wäre das auch die letzte Folge. Nein, Spaß. Ähm, ja. Also, wie gesagt. Das war sehr viel davon auf einmal. Deswegen hat es auch dann lange gedauert bei dem neuen Stadtding. Weil ich halt wirklich über Monate vielleicht mal nur ein paar Stunden dran gearbeitet habe. Und, ähm, ja. Das ist natürlich blöd dann, ne? Kommt dazu, dass ich seit drei Tagen an diesem Endzusammenschnitt mit der Musik sitze. Ich wollte es eigentlich an einem Tag durchmachen. Ich werde es hoffentlich heute schaffen. Müssen wir mal gucken. Das dauert so ewig. Es tut mir auch leid, weil ich würde ja selber gerne viel öfter Videos machen. Und ich muss jetzt auch mal gucken, dass ich als nächstes Video oder als für die nächsten Videos nicht mehr so unfassbar, äh, aufwendige Videos mache. Weil das bringt nichts. Was habe ich davon, wenn ich alle sechs Monate mal ein Video hochladen kann, aber trotzdem da gefühlt jeden Tag dran sitze. Jetzt zumindest gegen Ende wieder jeden Tag. Zwischendurch, wie gesagt, echt selten. Aber, ähm, jetzt halt auch schon wieder seit September oder was bin ich da gefühlt jeden Tag dran. Habe den Großteil vom Bauernlichen jetzt erst gemacht. Und habe den kompletten Schneideteil halt jetzt im Oktober, glaube ich, gemacht. Ich glaube, ich habe den kompletten Oktober gefühlt nur geschnitten. Nur, um euch mal so einen kleinen Einblick zu geben. Also nicht den kompletten, so. Ich glaube, die erste Woche oder was habe ich bestimmt noch gebaut. Ich habe auch gestern noch gebaut, weil ich was vergessen habe. Aber ja, egal. So, wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen. Sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich habe gute Laune getankt. Ich habe alles in meiner Hand.